Als die Polizei im Jahr 2001 im Rahmen einer Überprüfung die Wohnung des 48-jährigen Joji Obara aus Miura in Japan durchsucht, findet sie dort über 400 Videobänder, die der Mann selbst aufgenommen hat. Auf allen der Aufnahmen sind Frauen zu sehen und eine von ihnen ist Karida Ridgway, die im Jahr 1992 im Alter von 22 Jahren angeblich an einer Krankheit gestorben ist. Bitte lass dein Like da und denk daran, den Kanal zu abonnieren, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Am 10. August 1952 wird Kim Sung Jong als Sohn koreanischer Einwanderer in Osaka in Japan geboren. Zur Zeit seiner Geburt ist seine Familie quasi mittellos. Doch während Sung Jongs Jugendzeit schafft es sein Vater, der zuvor einige Jahre lang Taxifahrer war, sich nach und nach einige Geschäfte aufzubauen. Er eröffnet mehrere Pachinko-Palas, wodurch die finanzielle Situation der Familie sich innerhalb kurzer Zeit gravierend ändert. Nun gelten sie als wohlhabend und Sung Jong besucht eine Privatschule. Die Pachinko-Palas entwickeln sich zu einer Goldgrube und das Vermögen der Familie wächst und wächst. Doch im Jahr 1969 wird Sung Jongs Vater mit gefesselten Händen und Füßen tot im Hafen von Hongkong gefunden. Er hat sich mit irgendeiner kriminellen Organisation eingelassen, die ihn aus dem Weg geräumt hat. Für Sung Jong ist dies ein Schock, doch er erbt das gesamte Business seines Vaters und umgerechnet rund 100 Millionen Euro. Er studiert selbst Jura und Politik und als er offiziell die japanische Staatsbürgerschaft erhält, ändert er seinen Namen in Joji Obara. Außerdem unterzielt er sich einer plastischen Operation, da er nicht mehr als Koreaner erkannt werden möchte. In den folgenden Jahren lebt er im Luxus, kauft Autos, Apartments und Grundstücke. Doch als in Japan in den 90ern die Wirtschaft stagniert, verliert er einen Großteil seines Vermögens. Daraufhin beteiligt er sich daran, Geld für die Sumiyoshi Kai, ein Yakuza-Syndikat, zu waschen. Er taucht auch zum ersten Mal in den Akten der Polizei auf, da er zweimal in betrunkenem Zustand einen Autounfall verursacht. Kurz darauf wird er angezeigt, da er heimlich Frauen in einer öffentlichen Toilette fotografiert hat. Seinen Bekannten zufolge hat Joji schon immer den größten Teil seines Geldes dafür ausgegeben, um mit Frauen in Kontakt zu kommen. In vielen Nachtclubs ist er regelmäßiger Kunde. In seinem Freundeskreis ist es bekannt, dass er völlig auf den westlichen Frauentyp fixiert ist. Bereits in jungen Alter bringt er immer wieder Frauen mit nach Hause, die er betäubt oder unter Drogen setzt und dann in diesem Zustand für seine Zwecke ausnutzt. Alle seine Übergriffe filmt er mit einer Videokamera. Zu seinen Opfern gehören sowohl japanische als auch westliche Frauen und im Laufe der Zeit sammelt Joji über 400 Videoaufnahmen von seinen Taten. Am 29. Februar 1992, Joji ist 40 Jahre alt, befindet er sich in einem Hostclub in Tokio. Dort arbeitet zu der Zeit das australische Model Corita Simone Ridgeway. Sie ist 22 und arbeitet nebenher im Club, um sich Geld für die Schauspielschule zu verdienen. Es ist ein Club, der strikt zu Entertainmentzwecken dient, den Gästen ist es verboten, die Hostessen anzufassen oder sie auf anzügliche Art und Weise anzusprechen. Doch Joji fängt Corita ab, als sie den Club verlässt und bietet ihr an, sie nach Hause zu fahren. Sie lässt sich darauf ein. Im Auto betäubt Joji sie, wie bereits viele andere Frauen zuvor mit Chloroform, doch er nimmt zu viel. Corita wacht nicht mehr auf und er bringt sie ins Krankenhaus und behauptet, dass sie Austern gegessen hätte und nun vermutlich eine Lebensmittelvergiftung hat. Corita stirbt an Leberversagen und ihr Tod wird auf eine Infektion mit Hepatitis E zurückgeführt. So gerät Joji nicht unter Verdacht. In seinem Tagebuch notiert er, Zitat, 29. Februar 1992, Corita Ridgway, zu viel Chloroform. Coritas Familie fordert weitere Untersuchungen zu dem Vorfall an, doch zu dem Zeitpunkt sieht die Polizei keinen Grund dazu. Sie denken, Coritas Todesursache wurde gefunden. Im Juli 2000 verschwindet die 22-jährige Lucy Blackman, eine Britin, die in einem Club in Roppongi in Tokio gearbeitet hat. Lucy war zuvor als Flugbegleiterin tätig, doch sie hat einige Schulden und möchte irgendwie schnell Geld verdienen, um sie abzubezahlen. Ihre beste Freundin bringt sie auf die Idee, in Clubs in Japan zu arbeiten, wo man schnell Geld verdienen könne. Die Tätigkeit beinhaltet, wie der Job von Corita Ridgway, nur Escort-Tätigkeiten und keinerlei intime Kontakte zu Kunden. Lucy ist zuerst ziemlich unsicher, was die Art der Arbeit angeht, doch sie beschließt, es zu versuchen und reist mit ihrer Freundin nach Japan, die dort ebenfalls im Club arbeiten möchte. Weniger als zwei Monate nach Beginn ihrer Tätigkeit, am 1. Juli, wird Joji Obara auf sie aufmerksam, der relativ oft als Kunde vorbeikommt. Lucy entspricht genau seinem Frauentyp. Er bietet ihr ein bezahltes privates Date an und die Summe, die er ihr anbietet, ist nicht unerheblich. Lucy, die es unglaublich findet, dass sie direkt an einem Arbeitstag so viel Geld verdienen kann, willigt ein, doch sie kehrt nicht vom Date zurück. Leider hat niemand mitbekommen, mit welchem Kunden Lucy mitgegangen ist. Ihre Freundin meldet sich am nächsten Nachmittag bei der Polizei, da sie sich nicht erklären kann, wo Lucy sein könnte. Die Polizei rechnet jedoch zunächst nicht mit einem Verbrechen, sondern nimmt an, dass die Frau vor ihrem neuen Job davon gelaufen sei. Am 4. Juli, drei Tage nach ihrem Verschwinden, bekommt ihre Freundin einen merkwürdigen Anruf. Ein Mann, der sich als Akira Takagi ausgibt, behauptet, in Lucys Begleitung zu sein. Die beiden wären gemeinsam nach Chiba gefahren und würden dort nun einer religiösen Gemeinschaft beitreten. Der Mann sagt, er solle ihr von Lucy ausrichten, dass sie nicht beim Praktizieren gestört werden möchte. Lucys Freundin kann nicht glauben, was sie gerade gehört hat. Das Ganze klingt völlig absurd. Sie geht sofort erneut zur Polizei und bittet um eine umgehende Suche nach Lucy, doch wieder wird sie nicht ernst genommen. Lucys Eltern fliegen nach Tokio und starten eine Kampagne, um sich um eine Aufklärung des Falles zu bemühen. Nachdem der damalige britische Premierminister Tony Blair bei einem Besuch in Japan, der genau zu dieser Zeit stattfindet, das Verschwinden der jungen Frau erwähnt, beginnen die Medien darüber zu berichten. Daraufhin melden sich plötzlich mehrere Frauen bei der Polizei, die alle berichten, dass sie eines Morgens mit Schmerzen am ganzen Körper aufgewacht seien und festgestellt hätten, dass sie sich in der Gegenwart eines Mannes namens Joji Obara befinden. Keine der ausnahmslos europäischen Frauen, die dies schildern, kann sich erinnern, wie sie dort hingekommen ist. Nun erst nimmt die Polizei einige bereits länger zurückliegende Aussagen von Frauen ernst, die ähnliches berichtet haben und ebenfalls Obaras Namen genannt haben. Der 48-Jährige wird endlich näher unter die Lupe genommen. Eine große Anzahl ungelöster Fälle wird auf Jojis Beteiligung hin überprüft. Doch er selbst leugnet natürlich, irgendetwas mit den Vorfällen zu tun zu haben. Am 9. Februar 2001, ein halbes Jahr nach ihrem Verschwinden, wird die Leiche von Lucy Blackman gefunden, nachdem ein anonymer Anrufer sich bei der Polizei gemeldet hat. Sie ist in einer Höhle am Meer in Miura vergraben, 50 Kilometer von Tokio, aber nur einige hundert Meter von Jojis Apartment entfernt. Die Leiche ist in acht Teile zerschnitten, die zum Teil einzementiert wurden und sie ist so verwest, dass die genaue Todesursache nicht mehr festgestellt werden kann. Ebenfalls können keine forensischen Nachweise wie zum Beispiel DNA mehr festgestellt werden. Joji erklärt selbst, dass er Lucy einen mit Drogen versetzten Drink gegeben hätte, allerdings hätte sie gewusst, dass der Drink Drogen enthält und sie hätte ihn freiwillig getrunken. Wie der Vermieter von Joji der Polizei mitteilt, hat er am 5. Juli, also fünf Tage nach Lucys Verschwinden, eine Beobachtung gemacht. Er war an dem Tag im Haus, um den Gasmelder zu überprüfen. Als er an Jojis Wohnung klopft, öffnet er ihm die Tür und weist ihn ziemlich unverschämt ab. Am gleichen Abend dann sieht er Joji vor dem Haus, das direkt am Meer liegt, wie er mit einer Schaufel hastig die Küste entlang geht. Ein örtlicher Baumarkt bestätigt, dass Joji am 2. Juli Zement, eine Kettensäge und Trockeneis gekauft hat. Bei der Untersuchung seiner Wohnung wird Luminol eingesetzt, ein Mittel, mit dem man auch bereits weggeputzte Blutspuren sichtbar machen kann. In seinem Badezimmer werden dann auch Rückstände von Blut gefunden. Es entspricht der Blutgruppe von Lucy, doch die DNA kann nicht getestet werden, da Joji ein starkes chemisches Reinigungsmittel eingesetzt hat. Aufgrund der fehlenden DNA kann Joji der Mord an Lucy Blackman nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden. Die Polizei mutmaßt, dass Joji die Kettensäge zum Zerteilen der Leiche genutzt hat, da er sie nicht komplett transportieren konnte. Sein eigentlicher Plan wäre es gewesen, die einzelnen Körperteile in Eimern einzuzementieren und sie so in der Höhle zu vergraben. Das Trockeneis hätte er zum Kühlen der Leiche benutzen wollen, damit sich kein Geruch entwickelt. Vermutlich hat er gerade mit dem Zementieren begonnen, als sein Vermieter an die Tür geklopft. Dies hätte ihn so aus dem Konzept gebracht, dass er den Plan verwirft, alle Teile einzuzementieren und er vergrät die Tüten mit den einzelnen Teilen einfach so in der Nacht in der Höhle. Bei der Überprüfung von seiner Wohnung finden die Ermittler dann auch die über 400 Videobänder. Darauf können sie mindestens 150 verschiedene Frauen identifizieren, die in Jojis Gewalt waren. Alle der Frauen auf den Aufnahmen scheinen betäubt zu sein. In der Wohnung kann die Polizei auch große Mengen Chloroformen, Morphium, Halluzinogene und weitere Drogen finden. Eine der Frauen auf den Videobändern ist, wie man deutlich erkennt, Corita Ridgway, die Joji bereits acht Jahre zuvor getötet hat. Zusätzlich steht auf einem Bericht des Krankenhauses, dass Joji Obera sie damals selbst dorthin gebracht hat und in ihrem Autopsiebericht ist festgehalten, dass Spuren von Chloroform festgestellt wurden. So wird Joji Obera für den Mord an Corita Ridgway und für uneinvernehmlichen intimen Kontakt mit acht weiteren Frauen angeklagt. Er wird nur in den Fällen angeklagt, in denen die Frauen nachträglich identifiziert werden konnten, was mit den anderen 142 Frauen auf den Videobändern ist, bleibt unklar, da ihre Identität ja nie festgestellt wurde und sie so auch nie befragt werden konnten. Joji selbst sagt, dass alle Frauen eingewilligt hätten, gefilmt zu werden und dass sie freiwillig mit ihm zusammen waren. Sie hätten auch nur so getan, als würden sie schlafen. Im Fall von Lucy Blackman wird er zwar wegen der Entführung der Frau sowie der Zerstückelung und des Verbergens ihrer Leiche angeklagt, nicht aber für den Mord an ihr. Merkwürdig, aber es liegt daran, dass es keine direkte Beweiskette gegenüber Obera in Lucys Fall gibt und dass er ja auch kein Geständnis abgelegt hat. Sie ist auch auf keiner der Videoaufnahmen zu sehen. Für seine Taten, die ihm zweifelsfrei nachgewiesen wurden, bekommt Joji eine lebenslängliche Haftstrafe. Dass er im Fall von Lucy Blackman nicht wegen Mordes verurteilt wurde, wird vielfach scharf kritisiert. Was denkt ihr zu diesem Fall? Ist Obera gerecht bestraft worden? Hätte man vielleicht schon viel früher handeln können? Lasst mir wie immer gerne einen Kommentar unten. Denkt auch daran, ein Like da zu lassen und falls ihr Lust auf noch mehr Fälle habt, schaut mal auf meinem Patreon vorbei oder denkt über eine Kanalmitgliedschaft nach. Danke fürs Anschauen, bis gleich! Das war's! 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 Untertitelung des ZDF, 2020